Traut euch, zeigt euch, die Friseure haben wieder auf. Zieht euch am eigenen Haarschopf und nutzt die Corona-Potenz. Ja, wir haben die Kraft zur Veränderung. Story-Erläuterung. Corona-Potenz und Friseur als Sinnbild für unser Leben. Potenz, Fähigkeit, Vermögen. Meine Frage, stellt sich eure neue Freiheit beim Friseur lediglich darin, dass ihr das Gewohnte wiedererlangen wollt? Oder sagt ihr euch nach den Erfahrungen der letzten Wochen, also mein Leben, mein Leben ist mehr als die bisher gewohnten Routinen. Ich würde es uns seelenstylistisch wünschen. In diesem Sinn, denkt positiv und bleibt negativ. Euer Seelenstylist, Franz Josef Euthneuer.